einen schönen guten tag und willkommen zurück zu star wars jedi night 2 jedi outcast so dann mache ich da weiter wo ich letzt mal aufgehört habe mit den 9 level nach schadat straßen so und kyle hat erfahren dass dort ein gangster namens relo barouk dort ist der mit verbindungen zu den sift meister design ja oder hat kontakte oder so leichte verbindung hat mit denen halt und den möchte kyle katan jetzt aufsuchen weil es geht ja darum wegen seinem schiff weil das raumschiff von dieser ist angemeldet auf diesen relo barouk vielleicht sollte ich versuchen nicht allzu viel aufmerksamkeit zu erregen okay vielleicht sollte ich versuchen nicht allzu viel aufmerksamkeit zu erregen okay einfach nur normal unterwegs sein ja man weiß ja nicht so ganz so einmal mal hier reingehen okay hände weg von einem waffen gut zu wissen ich bin kein jedi ich bin nur ein typ mit einem lichtschwert und ein paar frage natürlich viele leute sagen lichtschwerter fragens wie wäre es mit einem glas roten zweiz korellianische spiel in einen sauberen glas natürlich mein herz sie suchen also informationen was weißt du ein respektabler müllschleppers dieses lokals hier hat einen vertrags mit ihm zur müllbeseitigungs wohin bringt er euren mülls wen interessiert das aus den augen aus dem sinn sage ich immer und das ist alles streng legal nicht so legal wie alles auf namen schadam ernst wie auch immer weißt du wo ich barouk finden kann im ernst im ernst achten sie hier ich bringe ihn her trauern sie mal seinen barkeeper mit sprachfehler so trauern sie einen barkeeper mit sprachfehler wow ok der mit dem maldetonator ok das war nichts äh neuladen achso ja ja der barkeeper mit sprachfehler na gut nochmal das ganze glaub das sind einfach zu viele leute klar kein problem ok aber ich werde hier einmal speichern dann schweigt mir halt dieses gespräch halt mit den beiden türstehern so das gespräch kann ich jetzt auch ändern ok die typen mit ihren themaldetonatoren kopfschau'n ach komm schon Echt, was wird das denn? Nochmal. Sterben am laufenden Band. Oh, da ist er wieder. Okay, das war der. So, ist noch einer. Aber, okay. Auffassen, Thermaltintonator. So. Okay, was habe ich überhaupt gemacht? Schub, Griff und Geschwindigkeit. Ich hätte ja auch mit Schub alles wegschleudern können. Aber gut, erstmal geben wir mal einen Stockweg höher. Okay, das Truppto-Gewehr. Abgeschlossen. Sieht aus wie eine VIP-Launch. Na? Okay, was ist überhaupt meine Aufgabe? Äh, okay. Den Gangster war lebendig verlassen. Achso, und den Eingang zu Relos versteckt finden. Ah, was haben wir da? Die Bar hat auf. In Ordnung, ich habe genug von dem Unsinn. Wo ist Reload? Bitte nur bleibes nicht ins Gesicht. Reload-Bilboos ist auf einer höheren Ebene. Folgen Sie den Müll-Sammlanz. Okay, glaube ich hätte doch lieber speichern sollen. Achso. Ach, hier. So, Schilde aufladen. Gut, ich speichere einmal. Weil ich weiß nicht, was das für einer ist. Ich glaube, der hat auch ein Destruptor-Gewehr. Und wenn die reinhauen, dann hauen die richtig rein. So. Achso, da hinten. Äh, aber mich würde noch das, wo die kleinen Krabblers sind, noch mal interessieren. So, den Typen mit seinen Thermal-Detonatoren, den kann ich erst mal ignorieren. Ne, gut. So. So. Hab jetzt auch. So, das Trop-Dock-Gewehr. Na? Wow. So. Äh, ich glaube, ich speichere hier mal. An die Spieler. Nein. Okay, ich habe zwei Scharfschützen vor mir. So. 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 Die sind schon ziemlich rau. So, ich hab da hinten noch den einen. So, das passiert, wenn man das Truptorgewehr voll auflädt. Die lösen sich einfach auf. Der Haken daran ist halt, der Schuss ist super stark, aber die hinterlassen auch keine Sachen mehr. Meine Güte, was für ein Kampf. Irgendwie komme ich hier aber auf. Ich fülle gerne hier rauf, aber anscheinend ist das nicht so. Ne, hier komme ich wahrscheinlich auch nicht weiter. Na gut, äh, ja. Dein hat selbst Mod begann, der andere... Ah, der wollte es noch mal versuchen. So, weg mit dir. Okay. Echt jetzt? Ah, komm schon. Und ich war ein Überlegen, speicherst du ab? Ach, hier bin ich wieder. Okay, ach. So, da kommt gleich der nächste. So. 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 Okay, okay. Okay. So, Bagdad-Tank nehmen, weiter geht's. Okay, Gesundheit ist auch ziemlich schlecht. Na gut, ist egal. Hier wird einmal gespeichert. Das ging schnell. Schnell raus hier. Echt jetzt? Ach, die ganzen Thermaltentonatoren. Ja. So, weg mit dir. Okay, ich hab nix mehr im Inventar. Äh... Schub wollte ich haben. Okay, da hinten ist der Nächste. Äh, ne. Okay, da speichere ich doch lieber ab. Ein Hoch auf das freie Speichern? Oh. Von wo? Ach, von da. Okay. Ich will noch was anderes schauen. Ist jetzt ein kaputt gegangen. Okay. Ja, okay. Äh... Hier kann ich mal springen. Oh, schnell raus hier. Oh, schnell raus hier. Das war doch gar kein Thermaltentonator. Ja, okay. Flop. Okay. 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 Oh, nein. Aber ich finde es nichtifmost. Jetzt füllere ich. Ah... Boah, schnell raus hier Was war das wieder? Da hinten ist noch einer Okay Ich denke mal, vielleicht ist es doch auf Jedi-Ritter zu schwer Oh, der hat seinen eigenen Kameraden erschossen So, da kommt wieder der hier So Oh, schnell weg Ach komm Okay Okay, der ist weg Okay, da habe ich einen Treffer bekommen Komm schon, okay Wenigstens etwas Fortschritt Aber nicht viel So, mal schauen Das würde mich einmal interessieren Da hakelt es sofort Ein T-Malt-Detonator Also, da ist er Okay, zumindest etwas Ruhe. Hm, ich speichere hier mal lieber ab. Ja, tut mir leid für die Speicher-Orgie, aber hier durch die ganzen Destruptoren, Gewehre und so ist das nicht ohne. Echt jetzt? Mal schauen. Aua! Ach, da unten? Hm. Unfassbar. Genau das meine ich. So, da ist ein Scharfschütze. Gut, der ist weg. Ach, echt jetzt? Ich bin doch gesprungen. Ach, guck mal. Ach, guck mal. Okay. Okay, äh... Griff? Nein. Schub? Auch nicht. Okay. Okay. Fertig. So. So. Zwei mal Bagdad-Tank. Äh... Okay, äh, die Brücke ist rausgefahren. Einmal kurz speichern. Das ist momentan ein guter Speicherpunkt. Wo man sagen muss, okay, hier geht's weiter. Okay, Aufzug. Okay, kleine Macht, äh, Rätsel-Einlage. Okay, kleine Macht, äh, Rätsel-Einlage. So. Ich hab irgendwas aktiviert. Ich weiß nicht was, aber... Irgendwas. Oh. Okay, euch zieh ich da hinten. Okay. So, weg mit dir. Okay, zwei mal Bagdad-Tank. So, weg mit dir. Okay, zwei mal Bagdad-Tank. So, okay. Das war damit. Okay. So, okay. Das war damit. Okay. So, auf jeden Fall brauche ich diese Bagdad-Tanks. Okay. So, los. So, los. So, los. So, los. So, los. Ich denke mal, einmal speichern. Jetzt, wo ich so einigermaßen einen Lauf hier habe. Ich hoffe auch. Mal schnell weglaufen. Okay, da ist noch einer. Oh, der hat da was Zeug bei sich. Da will ich hin. Und Tschüss. Oh, ich glaube, da ist einiges kaputt gegangen. Okay. Das würde mich jetzt mal einmal interessieren. Bevor ich da einfach so runterspringe, einmal speichern lieber. So. Okay. Okay. Ah, okay. Verstehe. Ah. So, dann einmal hier. Und einmal da. Verstecken. Kann ich hier mal ein bisschen meine Waffen auffüllen. So. Und Schilder auffüllen. Ah, Bacta-Kanis. Da habe ich zwei. Oh. Hoppala. Bitte was? Ich habe schon wieder Fallschaden abbekommen. Meine Güte. Wenn es um Fallschaden geht. Da ist das Spiel gut dabei. So. So. Okay. 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 So. Guck. Oh, warte meine ich. Kann ich auch einfach so hoch laufen. Okay, hier muss ich einmal den Aufzug bestellen. Okay, so weit, so gut alles. Okay, das sieht aus wie so ein Müllfrachter, da wo ich hin muss. Ich denke mal, hier wird einmal gespeichert. Hey, ein Hochauf freispeichern. Okay. Ne, kommt es nicht hoch. Nein. Ah, das schafft er doch nicht. Ah, Kalkatan ist tot. Okay, mal schauen, vielleicht muss ich was anderes hier machen. Mal ganz drauf kommt er nicht. Ne, das war das mit Geheimnis. Okay, ne, das habe ich ja. Ah, ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Was? Ich sehe hier diese Klappe da. Ne, doch nicht. Nichts. Okay. Ah, warte mal. Ah, okay. Ah, man muss immer um die Ecken manchmal denken. Ah, das schafft er noch nie im Leben. Ne. Jetzt bin ich ein bisschen überfragt. Ah, hier muss ich rüber, dann da, dann da. So. Da muss ich hin. Das ist ein Transporter. Da ist die Ampel auf Rot. Keine Ahnung. So. Äh, Kalk schafft das soweit nicht. Ah, warte mal. Ich habe das noch. Die Machtgeschwindigkeit? Ne, das schafft er auch nicht. Samt Geschwindigkeit. Okay. Das ist irgendwas anderes. Nur ich komme jetzt auf Anhieb nicht drauf. Ah, komm. Und da ist der gute Kyle nicht gesprungen. Ah, nein. Aber ich glaube, ich weiß, wo ich hin muss. Nicht umsonst ist da diese Schräge. Ich muss auf jeden Fall einen Stockweg höher. So, von dort aus nach da. Ich glaube, das würde machbar sein. Oder von dort. Ja. Oh, Geheimnis. Okay, das habe ich jetzt nicht gewusst. So. Okay, von da bin ich rüber gegangen. Hier ist ein Geheimnis. Okay. Okay. Nee, das geht so nicht kaputt. Okay. 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 Seht es damit aus? Nee, geht auch nicht kaputt. Nee, von da nach da. Ähh. Nee, von da nach da. Huh? Ich schieße noch mal da drauf. Okay, passiert nix. Da passiert auch nix. Nee. Okay. Was waren die? Jetzt bin ich echt dran überlegen halt. Wie komme ich jetzt weiter? Ohne, ohne dass ich hier runterfalle oder so. Okay. Hmm. Oh, oh, oh. Oder bin ich hier komplett falsch, weil hier? Ich glaube, ich bin hier komplett falsch. Ich gehe nochmal zurück. Okay. Ah, okay. Gut, dann nochmal speichern. Aber es ist ja nie. Ah, okay. Ah, verstehe. Singsch... Okay. Ah, komm. Nein. Wieso bist du nicht gesprungen? Ah. Ärgerlich. Jetzt weißt du ungefähr, wie es weitergeht und... ...dann schwingt in dem Moment nicht. So. Oh, okay. Ich hätte lieber speichern sollen. Aber gut, äh, ja. Okay, hier ist ein Stromschlag und hier komme ich nicht weiter. Ah, perfekt. Das sieht fertig aus. Okay, passiert nichts. Das ist gut. Okay. Ich will noch das kleine Schild. Okay. Mitnehmen. So, ich habe irgendwas aktiviert. Ich weiß aber nicht was. Gut, das speichere ich einmal. Weil ich wette, ich schaffe den Sprung zum ersten Mal nicht und ich falle sofort runter. Ah, ne, doch, doch geschafft. Ah, ich habe hier unten was bewegt. Ah, verstehe. Okay. Vielleicht sehen die wie Müllschlepper aus. Die wollen bestimmt zum Reloaden. Gut. Einmal hier mal speichern. Ach, komm. So, warte mal. Kann ich da auch irgendwie nicht. Ah, wahrscheinlich habe ich jetzt so ungünstig gespeichert, aber... Ach, das macht nichts. Ich habe ja davor noch einen Spielstand. Ah, komm. Echt, jetzt bist du nicht gesprungen. Okay. So, warte mal. Okay. Echt, du schaffst echt... Man schafft echt den Sprung nicht. Ich lade mal den vorigen Spielstand. Das war der hier. So, einmal hier. So, ich habe jetzt das Ding hier betätigt. Gut. Wow. Geh, weg. Okay, da oben komme ich doch nicht hin. Hier komme ich auch nicht weiter. Echt, Moment mal. Man muss... Äh, ich bin ja von oben her gekommen. Okay. Ne, das schafft man nicht. Okay. Äh, nochmal. Ach, komm, echt jetzt. Warum bist du jetzt nicht gesprungen? Ach. Das Sterben am laufenden Band. Und... So. So. So, dann... So, dann... Vielleicht brauche ich die ja 2-Einheit. Okay. So, jetzt bin ich hier. Komm ich da mit dem Temalto Tonarvau hin? No. Okay. Alright. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin der Stand überlegen. Ach, echt jetzt? Vorher hätte mir das mit der Machtsymbol nicht angezeigt. Okay. Äh, ja, okay, Griff. Echt? Ah, nein. Ah, nein. Echt jetzt? Ja gut, dann weiß ich jetzt weiter. Ich bin froh, wenn ich fertig bin. Spring doch! So, nochmal. Mal schub, Griff. So, geht doch. So, weiter geht's. Ich frage mich, ob es eine Steuerung gibt, mit der die Route geändert werden kann. Achso, ah, hier geht's weiter. Moment, wo bin ich jetzt genau? Ich bin da, okay. Ne, das lade ich nochmal. Das gefällt mir nicht. Griff, so. Einmal, dann da. Und hier. Achso, okay. Ah, ich hab hier den Sprung verpasst. Ich frage mich, ob es eine Steuerung gibt, mit der die Route geändert werden kann. Gut, warte mal, äh, ich muss da hier reinspringen. Ich komm da nicht rauf. Oh, hoppla. Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! So. Ah, ich muss da reinspringen, da. Wo bin ich jetzt? Ich bin irgendwo, wo ich nicht hier sein sollte. Ach, ja. So, dann haben wir das. Dann haben wir das. So. Ah, spring doch rein! So, einmal hier mal speichern. Oh, okay. Sterben am laufenden Band heute extrem. Okay, nochmal das Ganze. Es wird nicht besser. Komm schon, echt jetzt? Ey, ich muss da in diesen Lüftschundschacht rein. Und der will einfach nicht reinhüpfen. Ah, was bin ich froh, wenn ich die Straßen hinter mir gelassen habe. Aber ich glaube, das wird nicht besser. Okay. Okay. Ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja. Ah, komm, echt jetzt? Ah, komm schon. Okay, mit einem Seitwärtssprung könnte ich es schaffen. Nur halt dieser... Der Abstand. Ach, komm schon. Du... So. Wieso springst du da nicht rein? Wieso? 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 Ja. Ah, ja. Okay, das schafft er auch nicht. Wie soll ich denn da sonst reinkommen? Ich frage mich, ob es mit Steuerung gibt, damit er die Route geändert werden kann. Ganz einfach. Ach. Absolut. Unfassbar. Amen. Okay. Ah. So. Ey, das ist jetzt... Einfach lächerlich halt. Äh, ich möchte mal was... Ich muss noch mal gucken hier. Wie kann ich das lächentliche Schwert... Einfach... Nein, äh... Äh, ist okay. Äh, echt jetzt? Äh... Es wird nicht besser. Der schafft es nicht. Ah, zu früh wieder gesprungen. Das schafft es einfach nicht. Ich weiß... So, ich halte schon die Sprung-Taste gedrückt halt. Äh... Ah, komm. Wie soll das überhaupt möglich sein? Ich habe jetzt soweit alles fertig. Der schafft das nicht. Unfassbar. Ah, jetzt habe ich die, äh, die ganz verpasst. Ah. Ach, da kann ich jetzt auch noch was machen. Okay. Ah, Griff. Okay. Echt jetzt? Oh, ich bin davon ausgegangen, dass er hier, äh, ständig hier rein muss, halt. Ah. Oh, okay. Jetzt mal hier. Jetzt mal hier sichern. Ja, gut. Ja, ich sage mal so, nach den kleinen, ja, peinlichen Puffar, würde ich mal sagen, war es das auch wieder fürs erstes. Nächstes Mal geht es dann weiter mit dem 10. Level nahe Shadan, äh, versteckt. Ansonsten, wie gehabt, war es das auch wieder fürs erstes. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Ganze. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag noch. Bis bald und tschüss.